Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Ligurische Teigblätter mit Pesto. Auf einer seiner zahlreichen Italienreisen mit seinen Lehrlingen hat der bekannte Fernsehkoch Jamie Oliver im nordwestitalienischen Ligurien-Gegend von San Remo bis La Spezia, Golf von Genua, dieses typisch Ligurische Gericht kennengelernt und in einem seiner Kochbücher niedergeschrieben, Ligurische Teigblätter mit Pesto, Eite, Fazzoletti d'Aissetta al Pesto. Fazzoletti d'Aissetta sind wörtlich Seidentaschentücher, die geringe Dicke der Teigblätter hat dem Gericht den Namen gegeben. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Pesto Handvoll Pinienkerne 1-2 Knoblauchzehe oder mehr, wenn gewünscht Mehr Salz Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 3 Handvoll frisches Basilikum Handvoll frisch gemahlener Parmesan Olivenöl Nudelteig 600 Gramm Eite, Mehl Tipo 00, Farina daigrano tenero, Weichweizenmehl, ein sehr fein gemahlenes Mehl 6 Bio-Eier oder 12 Bio-Dotter Fertigstellung Mehl zum Bestäuben Handvoll Basilikum 120 Gramm frisch geriebener Pecorino Pesto Küchenbrett 1 Kochmesser Mörser Backblech oder ein mikrowellenfester Teller Schüssel Nudelteig Arbeitsfläche oder große Schüssel Frischhaltefolie Fertigstellung Nudelmaschine Teigrädchen Großer Topf Küchensieb Zubereitung Pesto 15 Minuten Die Pinienkerne auf dem Blech oder im Teller kurz unter den heißen Grill schieben Die Kerne sollen nur aufgewärmt werden und nicht bräunen Warm entwickeln sie mehr Aroma Die Knoblauchzehe schälen und zerkleinern Die Basilikumblätter abzupfen Den Knoblauch mit dem Basilikum und einer Prise Salz in einem Mörser zu einer Paste verreiben Die Pinienkerne kräftig zerstoßen und mit der Paste in eine Schüssel füllen Die halbe Parmesanmenge darunter mischen und unter Zugabe von Öl rühren, bis die Soße gebunden ist Mit Salz und Pfeffer abschmecken Den Großteil des restlichen Parmesans darunter mischen, wieder etwas Öl hinzugeben und probieren Den Vorgang wiederholen, bis die Paste in Konsistenz und Geschmack ihren Vorstellungen entspricht Das Pesto soll nicht zu flüssig, aber auch nicht zu zäh sein Nudelteig 15 Minuten Plus 30 Minuten Ruhezeit Das Mehl in die Schüssel oder auf der Arbeitsfläche häufeln und in die Mitte eine Mulde drücken In die Mulde die Eier geben und mit der Gabel gründlich verrühren Dabei möglichst viel von dem umgebenden Mehl einrühren, bis ein nicht zu klebriger, dickflüssiger Teig entstanden ist Dann die Hände einmehlen und den Teig walken und kneten, bis der Arzt kommt Der Teig ist fertig, wenn er schön glatt, geschmeidig und glänzend ist Den Teig in Frischhaltefolie einwickeln und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen Fertigstellung 20 Minuten Mh 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 Mh